Gut, es geht weiter und die letzte Panelistin macht sich gerade auch fertig und kommt zu uns aufs Podium. So und von den dramatischen Ereignissen der letzten 36 Stunden beamen wir uns jetzt zurück zu den dramatischen Ereignissen vor genau fünf Jahren. Und der legendäre Post von Mustafa Nayyem ist ja schon mehrfach hier zitiert worden. Und tatsächlich dieser Post und diese erst mal kleine Ansammlung von Personen auf dem Maidan war ja eine Initialzündung. Sie war eine Initialzündung für einen Protest in der Ukraine, der das ganze Land erfasst hat. Mit allen Folgen, über die heute ja auch schon diskutiert wurde. Und ganz wichtig auch für unser zweites Panel, es war ein Protest, der nicht nur die gesamte Ukraine erfasst hat, sondern tatsächlich auch gesamteuropäische Auswirkungen gehabt hat. Und genau darum soll es heute gehen. Also wir beamen uns in einer Zeitreise zuerst noch einmal zurück, fünf Jahre zurück und schauen, was waren eigentlich die Ideen des Maidan? Wer hat damals protestiert? Was waren es eigentlich vielleicht auch für unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Vorstellungen? Was ist von diesen Ideen geblieben? Und was sind tatsächlich auch die Auswirkungen in Europa gewesen? Und haben vielleicht hinterher auch noch kurz Zeit, über die Perspektiven des Maidan zu sprechen. Und ich stelle Ihnen jetzt unser Podium vor, ganz hier zu meiner Linken, Katerina Mischenko. Katerina Mischenko wohnt eigentlich in Kiew, ist aber zurzeit Fellow, das hat Andriy Potnov schon gesagt, bei dem Wissenschaftsverbund Prisma Ukraina. Sie ist Autorin, Übersetzerin, Lektorin, Verlegerin des Verlags Medusa. Und wir freuen uns sehr, Katerina, dass du hier bei uns bist. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken begrüße ich Marina Strachowa aus Minsk. Ach, Entschuldigung, ja. Marina Strachowa aus Minsk. Sie ist zivile Aktivistin, war Koordinatorin einer Initiative für Rechte von Studenten in Belarus, arbeitet jetzt für das Developing Center for Efficient Communication und ist, wenn ich richtig informiert bin, Vorstandsvorsitzende auch der Human Library. Also ist in einer ganzen Reihe von Institutionen auch aktiv. Rechts von mir Maria Bondas, geboren in Kiew, aber Maria Bondas lebt seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland. Sie ist Musikerin, Violonistin im Rundfunkssinfonieorchester in Berlin und auch noch in anderen Orchestern unterwegs. Und sie ist, ganz wichtig, heute Abend Mitbegründerin der Ukraine Hilfe e.V. Und ganz links begrüße ich Rebecca Harms und ich denke, was für Marie-Louise Beck gilt, gilt auch für Rebecca Harms. Sie muss eigentlich in der Böll-Stiftung nicht vorgestellt werden. Ich tue es trotzdem. Rebecca Harms ist Politikerin, Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grüne, Abgeordnete des Europäischen Parlaments und hat eigentlich seit dem Nuklearunfall von Tschernobyl angefangen, sich mit der Ukraine zu beschäftigen und eigentlich auch aus der Zeit heraus intensive Kontakte mit Institutionen, Person in der Ukraine aufgenommen und ist eine der EU-Politikerin, vielleicht sogar die EU-Politikerin, die am häufigsten in der Ukraine unterwegs ist. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und möchte kurz noch mal beginnen mit einer Rückblende. Was war der Maidan? Der Politikwissenschaftler Marcin Batkowski hat das ganz schön zusammengefasst und zwar im März 2014, also als der Maidan, die Proteste noch virulent waren. Er bezeichnete den Maidan als nicht nur eine physische Besetzung städtischen Raums, sondern als ein tiefer gehendes psychologisches Phänomen, das die Gefühle der Menschen vereinnahmt. Und er beschreibt diese Gefühle. Er sagt, es war Liebe, Wut, Scham und Hoffnung. Liebe für das Land, Wut auf das Regime, Scham eigentlich auch darüber, wie das Regime mit der Bevölkerung umgeht und Hoffnung, ganz wichtig, Hoffnung, dass sich etwas ändert, dass tatsächlich die Bevölkerung selbst die Sache in die Hand nimmt. Und ich glaube, was den Maidan so faszinierend gemacht hat, war ja diese sehr kreative Form von Selbstorganisation, die unheimlich motivierend wirkte und auch für Personen von außen als sehr faszinierend. Katharina Mischenko, Sie waren Aktivistin auf dem Maidan und haben im Deutschlandfunk im Februar 2014 ein Interview gegeben. Ein neuer politischer Raum. Sie haben damals gesagt, der Maidan ist ein neuer politischer Raum, den die Menschen selbst geschaffen haben. Wenn Sie jetzt noch mal zurückblicken, was waren für Sie die wichtigsten Erfahrungen auf dem Maidan? Ja, ich glaube ganz viel, wenn wir über Emotionen schon gesprochen haben und über Liebe, Scham, Wut und so weiter, habe ich sofort an Liebe gedacht, aber in einer etwas anderen Interpretation. Und zwar geht es mir um politische Liebe. Das ist ein Konzept, das vor ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt ziemlich populär war in der Philosophie. Und unter politischer Liebe versteht man eine andere Art und Weise, wie man mit dem Nächsten umgeht. Und das ist auf dem Maidan passiert. Die Frage wurde aufgeworfen, wer sind meine Nächsten und wie mache ich mit denen etwas zusammen? Sind wir imstande, zusammen etwas Neues zu schaffen? Was kann das sein? Das war alles offen. Und es gab wirklich eine Entwicklung, die man nicht wirklich vorhersehen konnte. Es war so eine Opposition zu dem, was man politischer Technologie sagt. Es war wirklich alles offen und es wurde einerseits spontan, andererseits auch sehr solidarisch und sehr ehrlich auch geschaffen. Und eigentlich habe ich vor kurzem einen Text geschrieben, wo ich nochmal auf Maidan Rückblicke und da schreibe ich auch, die Menschen haben einen politischen Raum gestaltet. Das haben sie wirklich selbst aufgebaut und das war für ein paar Monate ihr Zuhause. Und das war wahrscheinlich die Erfahrung, dadurch, dass sie räumlich war, dadurch, dass sie physisch war, körperlich, ist sie noch immer spürbar und man kann mit dieser Erfahrung noch immer arbeiten, politisch, sozial und auch reflexiv oder kognitiv. Man kann aus dieser Erfahrung ausgehen, wobei, also natürlich ist sie nicht mehr so präsent wie vor fünf Jahren, aber aus dieser Erfahrung ausgehend kann man heute auch richtige Fragen stellen und neue Antworten oder richtige Antworten auf diese Fragen finden oder anbieten. Bei der Kreativität stimme ich auch völlig zu und wiederum hat das sehr viele politische Potenziale auch für heute. Denn ohne Kreativität und ohne Imagination, das wurde auch im ersten Panel erwähnt, kommen wir aus den heutigen sogenannten Krisen, die sich immer wieder vermehren, nicht raus. Und das war auch ein Raum der Ehrlichkeit. Durch diese unmittelbare Erfahrung, die die Menschen auf dem Maidan gemacht haben, haben sie das Politische, die Substanz des Politischen, ganz anders wahrnehmen können. Und sie wissen, glaube ich, jetzt auch, was das bedeutet, sich selbst als Subjekt wahrzunehmen. Das war wahrscheinlich auch etwas Wichtiges, was ich sagen wollte. Und schade, dass das am Ende, aber vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, das war auch der Raum, wo eine neue politische Subjektivität möglich war. Ich sage möglich war, weil das auch eine ziemlich fragile Substanz ist. Und ich frage mich noch immer, ist da wirklich etwas entstanden oder war das nur im Entstehen und da ist etwas anderes dazwischen gekommen und wir haben etwas Wichtiges verloren. Also da habe ich noch keine genaue Antwort. Ich will noch mal auf die Subjektivität eingehen. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung zu den Slogans auf dem Maidan und die kommt zu dem Ergebnis, dass es genauso wie es um Werte ging, auch um Identitäten ging. Und dass über diese Slogans Menschen versucht haben, ihre eigene Identität klarzumachen und das waren sehr unterschiedlich. Es gab eben diesen europäischen Impuls, es gab den nationalen Impuls, es gab den regionalen Impuls, politische Identität, gesellschaftliche Identität, Gender-Identitäten. Wichtig ist allerdings, dass es natürlich damit auch unterschiedliche Positionen gab. Und was in dieser Studie auch ganz schön klar wird, ist, dass mit diesen Slogans auch schön gespielt werden konnte, dass es im Grunde genommen auch eine Interaktion unter den unterschiedlichen Gruppen auf dem Maidan gab. Ein schönes Beispiel dafür ist der Slogan der Ruf der Nationalisten, die Ukraine über alles, Ruhm der Nation, Tod den Feinden, den die eher Liberalen dann umformulierten als Menschen über alles, Menschenrecht über alles, menschliches Leben über alles, Leben den Freunden. Also lieber Leben den Freunden als Tod den Feinden. In der Außenberichterstattung über den Maidan ist immer sehr viel auch über den Nationalismus gesprochen worden. Ein wichtiger Ruf war ja Ruhm der Ukraine. Das wirkte hier in Deutschland immer etwas befremdlich. Gerade vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus wurden nationale Parolen eher vorsichtig aufgenommen. Wenn Sie jetzt noch mal zurückdenken, Ich habe eben gesagt, in diesem Artikel zur Bedeutung des Maidan hieß, es war auch die Liebe für das Land. Sie haben gesagt, Sie würden diesen Begriff der Liebe eher anders umformulieren. Aber wenn Sie noch mal zurückdenken, was bedeutete die Ukraine für Sie? Wenn Sie jetzt an den allgemeinen Slogan denken, Ruhm der Ukraine, wie persönlich, wie haben Sie für sich in dieser Zeit die Ukraine definiert? Ja, ich habe mich natürlich mit dieser Frage schon vor dem Maidan auseinandergesetzt. Was ist die Ukraine? Und was auch ganz wichtig ist, auch heute, was ist Patriotismus? Und ich denke, also für mich persönlich ist die Ukraine natürlich ukrainische Gesellschaft. Also da sind Menschen einerseits und andererseits es ist die Gesellschaft, also institutionell ist es die Gesellschaft. Die Regierung, nationale Identität, also all diese Narrative, das ist für mich ein Überbau. Also das kann man kritisch reflektieren, damit kann man sich auseinandersetzen, diskutieren, aber das ist für mich jetzt nicht das, woran ich denke, wenn ich an meine Ukraine denke. Und das klingt wahrscheinlich auch hier super unpopulär, aber ich habe Ruhm der Ukraine nicht ausgesprochen auf dem Maidan. Und ich hatte irgendwie meine absolute Empathie und Verständnis, warum auch liberale, wahrscheinlich auch linksliberale Menschen sich darauf irgendwie eingelassen haben. Ich war auch ziemlich offen mit diesen neuen Interpretationen und dass dieser emanzipative Versuch in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, so Fantasie über die Unabhängigkeit und so, das könnte man schon reinterpretieren auf dem Maidan, aber diese Theorie war mir auch fremd, dass wir uns jetzt irgendwie national emanzipieren. Also für mich ging es bei dem Maidan um etwas ganz anderes, um Bürgerlichkeit, um Demokratie, also über Politik und nicht, ja, dieses Nationale war für mich dann so eher ein Konstrukt, mit dem, der problematisch sein kann. und ja, eigentlich habe ich ... Danke. Marina Bondas, dann kommen wir mal zu Ihrer Ukraine, weil Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie eigentlich dank des Maidan eine Heimat oder Ihre Heimat gefunden haben. Was heißt das denn? Also, um genau zu sagen, ich habe meine Heimat wiedergefunden. Die Sache ist, also ich bin mit meinen Eltern ausgereist, das war 92. Es waren für mein Land sehr schwierige Zeiten und ich komme aus einer Musikerfamilie, die in den harten 90er kaum Überlebungsschanze hatten. und zu dem Punkt war die Ukraine, das ist so wie eine Mutter oder Stiefmutter, die nichts übrig für dich hat. Also, die ist mit ihren Sorgen beschäftigt und das ist auch irgendwo verständlich, aber irgendwie sahen meine Eltern, meine Familie, für mich, für meine Schwester wenig Chancen, dort sich zu verwirklichen. Deswegen sind wir ausgereist und ich habe auch in Deutschland sehr große Chancen bekommen, die ich auch ausgenutzt habe. Ich bin Musikerin, ich habe eine tolle Position, ich konnte studieren, ich kann mit Musik, mit Geige gutes Geld verdienen und meine Karriere verwirklichen und so weiter. Das sind Sachen, die ich damals in der Ukraine einfach, das wäre nicht möglich durch die Situation. Auf der einen Seite und da ich seit in Deutschland lebe, seit ich zwölf bin, ich habe auch deutschen Pass und irgendwie fühlte ich mich vielleicht nicht hundertprozentig, aber schon ein bisschen wie deutsch, aber das war so irgendwie ja, nein, also deutscher mit Migrationshintergrund sozusagen. Und ich habe mich aber angepasst, angewöhnt, ich habe mich hier anzimiliert, ich habe mich in Deutschland zu Hause gefühlt, ich fühle mich auch Deutschland sehr verbunden und sehr dankbar. Aber und irgendwie mit der alten Heimat, also die Sache ist, das Land, wo man geboren ist, ich muss selber die ganze Zeit überlegen, woran liegt das, dass ich, wenn ich wieder nach Kiev fahre und ich komme an meinem Haus vorbei und da bewegt sich was in der Seele, es ist alles, man kann das schwer erklären, aber da ist was. und ich habe mich zwar angewöhnt, das ist okay, alte Heimat ist weg, jetzt bin ich in der Neuen, aber mit Maidan hat sich total gewendet, das Verhältnis hat sich gewendet, also es ging nicht mehr darum, dass ich meine Heimat liebe, sondern dass meine Heimat, so im abstrakten Sinne, dass die Heimat mir mit der Liebe antwortet. Die Heimat, das war die neue Gesellschaft, die aufgewacht ist. Ich hatte plötzlich als ganz normale Sterbliche, als Geigerin, die nichts mit Politik zu tun hatte, ich hatte plötzlich Möglichkeit bekommen, gefunden, etwas im Land mitzubewirken. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso wir damals weggingen. Es ging nicht darum, dass wir kein reiches Leben hatten und so weiter, es ging mehr darum, dass man von einem selbst nichts abhängig war. Also ich war der kleine Mensch, da oben war die Politik und es war so ein paralleles Leben. Und das hat sich geändert. Mit der Ukraine-Hilfe haben Sie ja nicht nur was in der Ukraine bewegt, sondern Sie haben ja ziemlich viel in Deutschland bewegt. Und ich meine, vor allem in Berlin sah man das, es war wirklich sehr beeindruckend. Im Grunde genommen wurde die ukrainische Diaspora in Berlin durch den Madan erstmals wirklich sichtbar und mit sehr vielen Aktionen mit einem ungeheuren Engagement, was vermutlich auch die Interaktion in der Diaspora sozusagen geändert hat. Aber haben Sie den Eindruck, Sie haben die Berliner Öffentlichkeit erreicht? Also ich würde es mal hoffen. Irgendwo haben wir es schon erreicht. Das kann auch ein bisschen mehr sein. Das ist auch der Sinn unserer Projekte, dass wir immer mehr Verbindungen zwischen Ukraine und Deutschland herstellen, so auf privater Ebene. Dass es nicht nur auf Politik oder irgendwelche Zeitschriften ist, sondern dass die Menschen sich auf privater Ebene begegnen, sich ein bisschen näher kommen und dass man uns hier in Deutschland die Ukraine nicht wie Menschen aus dem Fernsehen betrachtet, sondern so ganz normal. Da erfährt man auch, da kann man auch viel vom Informationskrieg und so weiter, da kann man bestimmte Sachen auch Probleme beheben. Danke. Marina Strauver, es ist schon so viel über Belarus gesprochen worden und wir sind wirklich sehr froh, Sie heute hier zu haben. Wenn Sie jetzt, wenn wir zurückschauen auf die Gesellschaft, die mobilisierte Gesellschaft in der Ukraine vor fünf Jahren, auch auf die mobilisierte ukrainische Diaspora in Berlin, dann ist es ein Gefühl von einem ungeheuren Selbstbewusstsein. Ich denke, das hat auch viel von dieser Faszination ausgemacht, dieses Selbstbewusstsein von Personen, die auf die Straße gehen, die sich artikulieren. Sie waren in der Zeit in Belarus. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese Zeit, wenn Sie versuchen, sich zurückzusetzen, was waren Ihre Gefühle, was waren Ihre Reaktionen mit Blick auf den Maidan? Danke sehr, dass ich hier bin. Wir haben nicht einfach einen anderen zu sprechen, wenn ich sprechen in Belarus. Das ist wichtig. Ich bedanke mich für die Einladung und wir haben hier auch etwas gewagt. Wir haben beschlossen, dass ich Belarusisch sprechen werde und das wird dann auch ins Deutsche gedolmetscht. Das ist eigentlich schon, glaube ich, eine große Ausnahme, weil ich hier eine einzige Person auf dem Podium bin, die kein Deutsch spricht. Das bedeutet, dass ich dann auch weniger Zeit habe und ich muss mich kurz fassen. was mich betrifft persönlich, da bin ich mit der Ukraine sehr eng verbunden, also durch meine Familie, meine Großeltern, meine Eltern, also meine Kindheit habe ich zum großen Teil in der Ukraine verbracht. Deshalb, das, was in der Ukraine 2014 passierte, das, was auf dem Maidan passierte, das hat bei mir einen sehr großen Einklang gefunden. Meine Situation ist in diesem sensi absolut nicht unikale, weil eine große участke Belarus und historisch und kultur und ekonomisch zusammen sehr 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 mit Ukraine und die Situation sehr 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 in der Ukraine verbunden sind. Meine Position oder meine Lage war nicht einzigartig, weil es gibt sehr viele Weißrussen, die sehr eng mit der Ukraine verbunden sind, kulturell, wirtschaftlich, auch eben durch die Familie und deshalb alles, was in Ukraine passierte 2014 und das, was heute in dem Land passiert, das gibt natürlich auch oder beeindruckt auch natürlich das Leben der Menschen in Belarus. Ich muss sagen, dass wir begeistert waren von den Ukrainern und wir hegten auch unsere Hoffnungen und hatten wirklich gehofft, dass diese Ereignisse auch einen Einfluss auf unser Land und auf unser Leben haben werden. Das ist ist politischen aktivisten haben das ist in dem sens , ist etwas an das ist das kann passieren in Belarus ist das 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 die in die aktivist die 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 Und so haben die politischen Aktivisten in Belarus, die Ereignisse in der Ukraine sollen eine Art Test wahrgenommen. Also als eben, man konnte sich ein bisschen reinfühlen, wie fühlt sich das an, so ein Protest. Wir haben dann auch eben die Aktiven von uns zum Teil unsere Arbeit liegen gelassen, alle unsere Sachen und sind nach Kiew gefahren, um sich dort den Menschen anzuschließen. Vielen Dank. Die DGO hat im Herbst 2014 eine Veranstaltungsreihe gemacht zu belarussischer Untergrundkultur. Partisan, Punk und Paranoia hieß die damals. Und wir hatten unter anderem den Künstler Arthur Klinau zu Gast. Das war im Herbst 2014, also schon nach der Annexion der Krim und eigentlich schon nach der heißen Phase des Krieges im Donbass. Und Arthur Klinau sagte damals, dass es im Grunde genommen unter gesellschaftlich aktiven Menschen in Belarus auch eine gewisse Verunsicherung gibt. Dass bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich klar war, der Opponent ist der Präsident, Alexander Lukaschenka. Dass aber in der Situation, in der außenpolitischen Situation, die man sich anschaute, in der die Ukraine jetzt auch außenpolitisch bedroht war, der größere Opponent jetzt doch Wladimir Putin zu sein schien und dass eigentlich dieser Wunsch Lukaschenka zu schwächen gar nicht mehr da war, weil man plötzlich auch Angst davor hatte, einen schwachen Präsidenten zu haben. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen? Ja, ich verstehe, was ich weiß, dass es nicht nur in der Ukraine ist, dass es nicht nur in der Ukraine ist, wenn die Belarus-Gramadze verabschieden, dass es nicht nur in der Ukraine ist, dass es nicht nur in der Ukraine ist, Ich verstehe, was Arthur Klinau hier gemeint haben könnte, weil ich glaube, das war der Moment, als es uns bewusst wurde, dass eigentlich diese Gefahr nicht nur im Inneren des Landes existiert, sondern die ist auch außerhalb des Landes. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil es nicht so wichtig ist, dass Lukašenken, wie es ein sehr wichtiges Thema ist, aber es war, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, Das hat aber natürlich unsere Einstellung zu Lukaschenko nicht geändert oder hat nichts an unserer Einstellung dieser Person gegenüber geändert. Also wir finden ihn nicht gut und wir finden ihn weiterhin nicht gut. Aber dazu kam eben, dass wir verstanden haben, dass wir auch mit den Menschen im Lande arbeiten müssen. Vor allem eben, weil es diese riesige Propaganda gibt aus der Russischen Föderation, weil eigentlich alle belarussischen Medien mit diesem Informationsprodukt ständig gefüttert werden. Das ist dann eher so, dass wir nochmal eine Aufgabe bekommen haben. Eine sehr wichtige, eine zusätzliche dringende Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Und das ändert aber nicht an unserer Einstellung zu Lukaschenko. Und es ist jetzt nicht so, dass er jetzt weniger schlecht ist und sozusagen Putin ist die Verkörperung des Bösen. Vielen Dank. Zu den Aufgaben kommen wir vielleicht gleich nochmal. Der Maidan wurde ja eigentlich auch immer der Euromaidan genannt, Rebecca Harms. Und was war aus Ihrer Perspektive damals, was war das wichtigste Signal an Europa? Ich glaube, dazu möchte ich erst mal sagen, dass der Begriff Euromaidan in der Ukraine eigentlich nicht mehr existiert, sondern dass da alle vom Maidan sprechen. Und dass die Europäer, auch gerade die Deutschen, sich angewöhnt haben, weiter Euromaidan zu sagen, obwohl es ja an dem, obwohl die Ukrainer auch wegen der Zurückhaltung, der phasenweisen, ja schon fast Zurückweisung der Ukrainer, diesen Enthusiasmus, der hinter dem Begriff Euromaidan steckt, diesen Enthusiasmus, den gibt es so nicht mehr. Mir ist das jetzt gerade in den letzten Tagen in Kiew immer wieder begegnet, dass ich auch da drin stecke. Ich denke Euromaidan und dann sagt jemand Maidan, Maidan. Und also für die Europäer war das eine sehr schwierige Bewegung, die nämlich ihnen etwas abverlangt hat, womit sie gar nicht mehr gerechnet hatten. Ich selber bin damals, als der Gipfel in Vilnius war, nicht mit den Kollegen nach Vilnius gereist, sondern als Einzige nach Kiew gefahren, weil ich wahnsinnig neugierig war, was da eigentlich los war. Und diese Situation Vilnius, europäischer Osteuropagipfel, Unterschrift der drei Assoziierungsabkommen mit Georgien, Moldau und Ukraine war geplant und gleichzeitig die Proteste für die Unterschrift von Janukowitsch auf dem Maidan und ein wachsender Zweifel daran, ob Janukowitsch wirklich unterschreiben würde und was das eigentlich bedeuten würde. Und ich muss sagen, dass ich erst auf dem Maidan dann begriffen habe, was dieses Assoziierungsabkommen, das wir ja in Brüssel über viele Jahre ausverhandelt hatten, was das für die Ukraine bedeutete. Das ist ein Abkommen gewesen, das wir parallel zu zwei anderen da verhandelt haben. Und das war für uns so ein Stück weit Normalität. Und noch nie, glaube ich, ist ein Abkommen, das im Kern ein Handelsabkommen ist, politisch so aufgeladen worden, wie in dieser Auseinandersetzung, in diesem Protest für das Abkommen auf dem Maidan. Der Maidan hat sich ja dann verändert mit seinen Schwerpunkten. Ich habe gestern Abend in Brüssel mit dem Filmemacher Losnitzer diesen großartigen, sehr strengen Dokumentarfilm über den Maidan gezeigt, in dem in so epischen Einstellungen, die sieben, acht Minuten lang stehen und die fast alle total sind, so über zwei Stunden gezeigt wird, durch welche Phasen die Menschen auf dem Maidan gegangen sind, wie unterschiedlich diese Menschen waren. Ich würde gar nicht wagen zu sagen, das war die ukrainische Gesellschaft. Es waren sehr unterschiedliche Menschen, die da zusammengekommen sind, die, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Motive zumindest am Anfang hatten. Und in diesem Film ist mir noch mal klar geworden, was auch mich so reingezogen hat in dieses Ereignis oder in diese Ereignisse. Es hat sehr schnell eine gewaltfreie Aktion, und damit kenne ich mich aus, ich habe ja viele Jahre lang, jahrzehntelang in Gorleben große gewaltfreie Aktionen, auch des zivilen Ungehorsams, auch in der Konfrontation mit der Staatsgewalt selber organisiert. Aber in Kiew wurde in den ersten Konfrontationen klar, dass diejenigen, die auf dem Platz waren, es mit einer Regierung zu tun hatten, die nicht vor der Gewaltfreiheit zurückweichen würde. Und ich glaube, dass diese Erfahrung der Bereitschaft, Gewalt gegen die eigenen Leute einzusetzen, dass das eben den Maidan sehr stark verändert hat. Also aus der ersten Phase, in der sehr politisch motivierte, junge und engagierte, sowieso engagierte Leute da waren, wurde dann über mehrere Phasen der Eskalation eine große Situation der politischen Liebe. So finde ich das sehr, sehr gut beschrieben. Das ist auch etwas, was, glaube ich, sogar bis heute Bestand hat zwischen sehr vielen Leuten, die da gewesen sind. Und tragischerweise ist die Bereitschaft von Janukowitsch für seinen Deal mit Putin wirklich über Leichen zu gehen, dann so eingetreten. Und ich denke, dass alles, was wir damals erlebt haben, auch die anschließende Eskalation auf der Krim und im Donbass, dass es wichtig ist, das immer wieder zu erzählen, also wo die Gewaltfreiheit war, wie die Gewalttätigkeit entschieden worden ist, wie die Eskalation stattgefunden hat. Weil nur dann versteht man, in welcher Situation die Ukrainer von da an gewesen sind. Und für mich reicht das, ich weiß, das wurde vorher diskutiert, für mich reicht diese Entwicklung eben bis heute. Also auch das, was im Schwarzen Meer passiert, was an der Catch-Straight passiert, das ist immer noch dieser Weg, der eingeschlagen wurde, zuerst gegen die Aktivisten auf dem Maidan, dann mit der Besetzung der Krim und mit der Destabilisierung des Donbass und dem Krieges im Donbass. Vielen Dank. Umso wichtiger dann aber, dass wir doch noch mal auf diese EU-Perspektive eingehen. Ich glaube, es ist eben auf dem ersten Panel schon gesagt worden, eigentlich haben die Ukrainer für ein Europa gekämpft, dass es so schon gar nicht mehr gab. Und diese Zurückweisung, Verhaltenheit haben Sie eben auch schon genannt. Aber gerade weil es ja im Anfang aus einem pro-europäischen Impuls heraus die Proteste gegeben hat, ist ja eigentlich, gerade die Europäische Union, finde ich auch in einer Pflicht. Und es gibt viele, und eigentlich gehöre ich auch immer zu denjenigen, die sagen, der Erfolg der Ukraine ist ein bisschen ein Lackmustest, auch für die Glaubwürdigkeit und für den Erfolg der Europäischen Union. Jetzt ist das natürlich auch eine etwas gefährliche Position, weil sich die Europäische Union damit natürlich auch quasi zu einer Geisel machen kann, der Entwicklungen in der Ukraine, auf die sie natürlich nur begrenzt Einfluss hat. Wie stehen Sie zu so einer Haltung? Also ich denke, dass es richtig gewesen ist, dass die Europäische Union sich angesichts der Entwicklungen auf dem Maidan von den Bürgern der Ukraine hat in die Pflicht nehmen lassen. Dass es das Assoziierungsabkommen gibt, das ist auf dem Maidan erkämpft worden. Wenn es nicht diese Bewegung gegeben hätte, dann wäre mit Vilnius die ganze Idee einer festen Bindung zwischen der EU und der Ukraine erst mal auf Eis gelegt worden. Aber das, was da passiert ist und der Gegendruck, den das erfahren hat, hat dazu geführt, dass die Europäische Union sich hat in die Pflicht nehmen lassen. Dass die Form dieses sich in die Pflicht nehmen lassens nicht die ist, die sich die Ukrainer, die die Proteste angeführt haben und die ihren ganzen Wunsch nach Demokratie und einem zuverlässigen Rechtsstaat auf das Assoziierungsabkommen und Brüssel projiziert haben, dass das nicht die perfekte Form hat bisher, was man da sich gedacht hat. Das gehört dazu jetzt, würde ich sagen. Und da müssen wir zusammen durch. Ich gehöre zu denjenigen, die denken, dass die Ukrainer, so wie auch die Georgier und die anderen, die eine Assoziierung erreicht haben, dass die auch die Mitgliedschaftsperspektive brauchen und dass es falsch wäre, dass wir wegen der Skepsis, was das dann in unseren Beziehungen zu Russland anrichten kann, dass wir deshalb da dicht machen. Ich glaube, dass es völlig falsch wäre, wenn die Europäische Union sich vom Kreml vorgeben lassen würde, wo die Europäische Union aufhört oder anfängt. Deswegen bin ich ausdrücklich dafür, wieder dafür einzutreten, dass diese Mitgliedschaftsperspektive sein muss. Und zu dem skeptischen Schlenker am Ende gibt es diese EU eigentlich noch, für die die Ukrainer eingetreten sind. Die EU ist nichts Statisches. Das ist nichts Fertiges. Die Europäische Union ist in relativ kurzer Zeit zu dem geworden, was sie heute ist. Und das gehört dann wiederum zu guten Beziehungen zwischen mir und meinen ukrainischen Freunden oder den Bürgern oder den Politikern der EU und den Ukrainern, dass man sich auch traut, darüber zu reden und das auch zu erklären. Also diese Verständigung, die muss unbedingt sein. Und ich habe das in meinen letzten Besuchen in der Ukraine sehr stark gespürt, dass man da diese Angst hat, dass es den Westen, für den man gesucht hat und den man will, dass es den gar nicht mehr gibt, wenn die Ukraine denn endlich mal reingelassen wird, richtig. Aber das ist eine falsche Herangehensweise. Ich glaube, dass wir gemeinsam in diesen Prozessen drinstecken, das zu organisieren, was wir wollen, was in der Ukraine ist und was zwischen der Ukraine und der EU ist und was in der Europäischen Union ist. Und wenn wir aber trotzdem noch mal überlegen, was sind die europäischen Impulse, die vom Maidan ausgehen? Und ich gehe noch mal zurück auf das Jahr 2014. Ich glaube, es war auch bei einer Veranstaltung hier in der Böll-Stiftung, da sagte die Politikwissenschaftlerin Mascha Lippmann, eine sehr kritische, auf die russische Situation sehr kritisch blickende Wissenschaftlerin auf die Frage, was kann die EU tun? Sagte sie, kümmert euch um die Ukraine. Also in dem Sinne, wir wollen sehen, dass hier ein Protest, ein demokratischer Protest erfolgreich ist. Und ich komme jetzt zurück auf Sie, Marina Strachowa. Wenn Sie jetzt heute in das Jahr 2018 blicken, wie relevant ist für Ihre politische Perspektive, wie relevant ist für Sie die erfolgreiche Transformation der Ukraine? Sehen Sie irgendeine Beziehung zwischen einer erfolgreichen Transformation in der Ukraine und politischen Perspektiven und gesellschaftlichen Perspektiven in Ihrem Land? Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung. moment, wie ich zäbzane z identycznaßtü. Annen takii palätychne-nä palätychne, ale pasla Majdana, Euromajdana wälikaa частka belaruskoga gramaatstwa sänsewala, što my belarusy i my belaruske, i gäta znači, treba klapatićsä pra mowu, gystoriu, kulturu, belaruskay mowä razmauľać, думać pra gäta. Gäta kalli pra identycznaßt kazaći. Gäta pozitivny moment, bäzumowna. Man kann natürlich über verschiedene Momente sprechen, was war, was ist denn heute in der Ukraine, wie hat denn, wir haben die Ereignisse in der Ukraine, das Weißrussland, das Land beeinflusst. Es gibt einen sehr positiven Moment, und zwar die Identität, die ist wieder ans Licht gekommen. Man hat verstanden, wir sind die Weißrussen, wir haben unsere Sprache, es ist die Zeit gekommen, uns dafür zu kümmern, Weißrussisch zu sprechen, sich an unsere Geschichte zu erinnern und unsere Kultur wiederzuleben. Und das ist natürlich, wenn man dran denkt, wieder ein positiver Moment, positiver Einfluss. Also, man muss sagen, wie gut ist, Euromaydan ist, Lukaschen, wie gut er für sich ausgült an dieser Situation, wie gut in Belarus eine neutrale für eine effektive dialog, wie gut es position ist. Und wie es vergewissert ist, dass es noch einmal auf die Ratings gefallen hat. Ich habe noch einmal zu, was ich sagte, dass die deutsche Propaganda in den USA ist, dass die Situation in der Ukraine eine große Teil der Belaruser verbreitet wurde, weil sie nichtverbreitet wurde. Und deswegen die Bielerinnen reagierte auf die Wähler, Es gibt auch eine andere, was anderes zu sagen. Die Ereignisse in der Ukraine, Maidan-Ereignisse, die hat Lukaschenko für sich genutzt, für sich positiv genutzt. Und er hat Weißrussland als neutralen Platz für den offenen Dialog vorgestellt. Und dadurch ist natürlich sein Rating, seine Position noch stärker geworden. Die russische Propaganda in den Medien ist recht effektiv gewesen. Und man hat die Ereignisse in der Ukraine, von den meisten Weißrussen waren sie als inadäquat gesehen. Die Mehrheit wollte bei den Wahlen Stabilität haben. Um Gottes Willen bloß kein Krieg im Lande. Und Ereignisse auf Maidan, dann kamen die Krim, dann kamen die Ereignisse in Donbass. Und das hat natürlich Lukaschenko für sich nochmal Positives daraus gezogen und seine Position auf dieser Grundlage nochmal gestärkt. Und das ist ein kleines Wahlen. Und das ist ein kleines Wahlen. für Belarus. Alles klar, die Länder, die man muss, um das Ziel zu entwickeln, ist, dass es identisch ist, dass es einfach nur ein Problem ist, weil wir nicht mehr kontrollieren können. Es ist ein Problem für uns. Das ist ein Moment, in dem man sich zu sein. Und es gibt noch einen dritten Moment. Den ich schon erwähnt habe. Und zwar, Russland wurde nicht mehr wie der beste Freund angesehen. Man hat sich der eigenen Identität besinnt. Und man hat verstanden, die Grenzen, die müssen ja auch kontrolliert werden. Da gibt es ja auch bestimmte Risiken. Und davon hängt ja unsere Sicherheit ab. Das ist nun mal so. Und man hat dann endlich verstanden, die Mehrheit der Menschen im Land hat verstanden, die Sichtweise, die Wahrnehmung der Russen wie der besten Pointe liegt in der Vergangenheit wohl. Vielen Dank. Bevor wir gleich noch öffnen für Fragen aus dem Publikum, möchte ich noch einmal zurückgehen auf die Frage des Maidan und wie er aus der heutigen Perspektive betrachtet wird. Und Katharina Mischinko, Sie haben im letzten Jahr einen sehr kritischen Blick auf die Entwicklungen. Und ich spreche jetzt hier von den gesellschaftlichen Entwicklungen auf dem Maidan gehabt. Und ich möchte einen ganz kurzen Absatz zitieren aus einem Artikel, den Sie in der Zeitschrift Osteuropa im letzten Jahr veröffentlicht haben mit dem Titel Sprachlose Revolution. Sie haben geschrieben, wenn Alek Senzov und Alexander Kolchenko aus dem Gefängnis kommen, werden sie sich als Außerirdische fühlen. Der Filmregisseur und der Umweltaktivist sind die Hüter des ukrainischen Maidan. Sie sind in Russland inhaftiert und nur der Enthusiasmus des ukrainischen Aufbruchs macht ihnen den Gefängnisalltag erträglich. Die Gesellschaft, in die sie zurückkehren werden, ist jedoch eine andere. Sie ist vom Krieg im Donbass und der kontrerevolutionären Politik der neuen Machthaber demoralisiert. Was hat sich Ihrer Meinung nach gesellschaftlich verändert? Jetzt in diesen fünf Jahren? Ja, alles hat sich verändert. Während des Maidans haben wir so eine Verschleunigung erlebt. Also die Zeit war super schnell. Die Geschichte wurde hier gemacht, auf dem Platz. Und ja, jetzt sprechen wir ein bisschen wie Veteranen von Maidan. Damals war das so und so. Also es war wirklich eine sehr, auch zeitlich, eine sehr intensive Erfahrung. Und heute würde ich wahrscheinlich diesen Absatz noch ergänzen und sagen, auch im Sinne des Maidans, es geht nicht nur um Demoralisierung. Es gibt noch immer so eine Spur von Maidan oder so ein Parallelleben von Maidan, das manchmal nicht so leicht zu sehen ist oder zu spüren ist, aber es ist trotzdem da. Und es ist ganz wichtig für uns als Gesellschaft oder als Mehrheit von unterschiedlichen Communities, im Sinne des Maidans weiterzumachen und diese Logik irgendwie vor der Kriegslogik zu schützen. Und wirklich sehr viele Traumata, eine sehr massive Gegenrevolution. Und ich betrachte auch diese Ereignisse mit der Krieg-Annexion, mit dem Krieg. Also eigentlich diese ganze russische Politik, die sich auch so intensiviert hat nach dem Maidan, sehe ich das als so ein riesengroßes Anti-Maidan-Projekt. Denn es geht eigentlich darum, dass eine demokratische Basis für unterschiedliche, also für verschiedene Gesellschaften, nicht nur die Ukraine. Wir sehen ja, solche Aufstände können ansteckend sein und gefährlich sein für Autokratien in Nachbarländern. Also das darf einfach nicht existieren. Und man kann sich auch durch Anti-Maidan-Politik sehr gut weiter legitimieren. Und man muss dann Assad und alle möglichen Figuren unterstützen und dann auch Russland als Versteck anbieten und so weiter. Ja, und dieser Krieg, der hat natürlich alles vernichtet, was möglich war. Stellen wir uns mal vor, wir haben also diese Tage Ende Februar, diese himmlische Hundertschaft, diese Aktivisten wurden öffentlich bestattet. Der Schock dieser Gewalt war so stark, aber der Wunsch, ein neues Land aufzubauen, die Gesellschaft aufzubauen und wirklich an etwas, was utopisch sein kann, weiterzuarbeiten, der Enthusiasmus, es war alles da. Ich kann mich auch an Publikationen, an Texte erinnern, auch im März, auch während der Krim-Annexion. Plötzlich waren die Urbanisten oder Kulturwissenschaftler, also konnten sie ihre Ideen veröffentlichen und es war relevant. Also diese Diskussion, wie gestalten wir den gemeinsamen Raum, die ist weitergelaufen. Und es war wirklich so viel möglich. Und selbst diese zynischen Politiker, die heute so leben, wie sie davor waren, selbst sie, glaube ich, waren richtig betroffen und wussten erst mal nicht, wie es weitergeht. Also es war wirklich so eine Offenheit und so eine riesige Chance, aber ich glaube, diese Chance ist verloren. Aber die Hoffnung ist, also man muss ja weitermachen, unabhängig von dem Kontext. Also man kann auch diese Hoffnung nicht verlieren. Und ja, deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, wir müssen weiter über Maidan sprechen und Maidan auch von dem Krieg versuchen zu trennen und Maidan nicht betrachten als Auslöser des Krieges. Auslöser des Krieges war der Wunsch, die Utopie des Maidan zunichte zu machen. Und das ist etwas anderes. Und wenn diese Logik irgendwo bleibt, in kleinen Räumen, in kleinen Communities, dann gibt es eine Chance. Und die Grenzen der Ukraine müssen nicht zu Wänden werden, wo diese Maidan-Idee ausgeübt werden kann. Und ich war sehr glücklich, in den letzten Wochen ein Zelt auf dem Maidan damals zu sehen, von der polnischen Solidarność-Bewegung. Und ich glaube, viele Aktivisten, was ich auch aus meiner deutschen Erfahrung sehe, auch diejenigen, die den Fall der Berliner Mauer hier erlebt haben, also sie haben irgendwie sofort verstanden, worum es geht. Und das ist etwas Grenzübergreifendes und etwas Nicht-Nationales. Maidan ist nicht national, das ist ein Modell, das umgesetzt werden soll. Also das ist meine Überzeugung. Und deshalb möchte ich, dass das weiter diskutiert wird. Als etwas, was in der Ukraine angefangen hat, aber jetzt nicht von der Ukraine monopolisiert wird. Aber das geht auch so nicht. Das muss international werden. Ja, noch Maria Bondas und danach öffnen wir für das Publikum. Ich wollte das ganz kurz ergänzen, weil das klingt so ein bisschen pessimistisch. Das ist auch berechtigt. Und nach meinen Erfahrungen, ich fahre ja sehr oft rüber und habe Projekte mit Jugendlichen. Und auf der einen Seite, und habe auch sehr mit Freiwilligen, mit Organisationen zu tun, momentan ist es eine schwierige Zeit. Die Leute sind sehr müde, die sind todmüde. Einige verlieren die Hoffnung. Es sind viele Trauma aneinander geraten. Aber es passiert momentan in der Ukraine auch etwas, was wir hier noch nicht sehen. Es wächst eine Jugend heran, die anders sein wird. Das braucht einfach, das wird mit zwei, drei, fünf Jahren nicht geschafft. Das sind einfach, ich habe mit diesen Jugendlichen zu tun direkt. Und da sind Leute, die 15, 16, 17 sind. Und das ist übrigens auch, was für mich entscheidend für Maidan war. Diese Überwindung von Ängsten, von privaten Ängsten. Das war noch Erbe von Sowjetunion. Die, dass die Leute so diese Angst und Gehorsam. Und mit Maidan wurde diese Angst bei vielen überwunden. Die sind auf Maidan gegangen, die haben diese Revolution geschafft. Und die Überreste von der Angst sieht man aber immer so bei der älteren Generation. Aber die Jugendlichen, die wachsen schon ein bisschen anders. Die brauchen bloß ein bisschen mehr Zeit und unsere Unterstützung, damit sie heranwachsen, damit neue politische Kräfte entwickeln. Vielen Dank. Das war eben auch eine Einschätzung von Mustafa Nayyem übrigens. Der sagte, auf lokaler Ebene gibt es unheimlich viel an Aktionen und ein großes Potenzial. Rebecca Hamms würde gerne noch etwas sagen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir jetzt erst mal sammeln. Dann können Sie gerne, okay, dann ganz kurz. Also ich glaube, dass das richtig ist, dass da eine offenere nächste Generation heranwächst. Aber ich glaube auch, dass die Generation Maidan, also die, die für das Projekt eingestanden ist, dass die nicht immer nur über die Niederlagen reden darf. Also diese neue Generation darf nicht nur frustriert werden. Und das muss sie auch nicht, weil es ist zwar nicht alles geschafft worden. Wir sind weit weg davon, das erreicht zu haben, worauf der Maidan abzielte. Aber es ist auch nicht mehr möglich, dass in Kiew so regiert wird, als wenn es den Maidan nicht gegeben hätte. Und die Impulse kommen zum Teil aus der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Die kommen zum Teil von den internationalen Freunden und den Geldgebern der Ukraine, den Europäern und dem Assoziierungsabkommen. Aber es gibt wirklich kein Land im Osten der Europäischen Union außerhalb, das in so wenigen Jahren so viel Vernünftiges auch eingeleitet hat, wie die Ukraine. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig wird, wenn man die nächste Generation im Land halten will, diesen Prozess einfach richtig zu verstehen und zu erklären und die Kritik daran, was nicht gut läuft, nicht zu verstecken, aber eben auch sozusagen da, wo Licht ist, auch Licht draufzuwerfen und da, wo Schatten ist, dann auch zu sagen, wo Schatten ist. Sonst wird es schwierig für die nächste Generation. Und mein Eindruck ist, einfach wieder nur zu sagen, dann machen wir wieder Maidan. Das überzeugt nicht so richtig viele. Danke. So, jetzt kommen wir zu Fragen. Wir sammeln einfach eine Runde und geben dann noch mal zurück ans Problem. Wir fangen hier vorne links an bei dem Herrn in der ersten Reihe. Ja, mein Name ist Matthias Tredschock und ich bin von der Friedensinitiative Stop the War in Jemen aus Deutschland. Erst mal vielen herzlichen Dank für die faszinierende Damenrunde hier vorne. Meine Frage, wir haben beim Maidan viele Schafschützen gehabt, das ist jetzt fünf Jahre her. Nichts davon ist aufgeklärt, das ist jedenfalls mein Stand der Dinge. Woran liegt das? Das würde mich interessieren, warum das bis jetzt noch nicht aufgeklärt ist. Dann eine Bemerkung zu Ihnen vorhaben, Sie haben das Assoziierungsabkommen als Handelsabkommen dargestellt. Das stimmt so nicht ganz. Deswegen, ich beziehe mich auf eine Antwort der Bundesregierung aus dem April 2014, die darin beschreibt, dass die Europäische Union ein militärisches Abkommen, dort Vereinbarungen mit abgeschlossen haben wollte, was natürlich aus Sicht von Putins überhaupt nicht möglich wäre. Und jeder, der sich mit diesem Assoziierungsabkommen beschäftigt hatte, der wusste genau, dass dieses die Ukraine zerreißen würde. Aus den Erfahrungen übrigens auch... Eine Frage. Ich habe meine Frage gestellt. Und aus diesen Erfahrungen heraus, was auch Jugoslawien war, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, den der Bundeskanzler Schröder so betitelt hat, kann man nicht einfach das Völkerrecht so verschwurbeln, wie Sie das gemacht haben, vorhin Frau Beck. Also meine Frage ist, woran liegt es, dass diese Morde, diese Schafschützen bis jetzt noch nicht zur Verantwortung gezogen sind? Danke. Okay, vielen Dank. Wir sammeln weitere Fragen. Gibt es noch... Ja, bitte. Und fassen Sie sich, entschuldigen Sie, dass ich das sage, bitte kurz, damit noch mehr Personen rankommen. Danke. Anna Rothkügel aus Bamberg, Universität Bamberg. Im letzten Panel ist schon die anstehende Autokephalie der ukrainischen Kirche angesprochen worden. Das ist ja nicht nur so ein Kirchenverwalt, das ist ja nicht nur so ein Kirchenverwaltungsakt, sondern hat durchaus auch große Auswirkungen auf die Identität, die Ideologie Putins und auf die grossrussischen Machtansprüche. Und es gibt auch jede Menge Streit, dass der da von Moskauer Metropoliten kommt. Meine Frage, wie wird das in der Ukraine, bei der Bevölkerung und eben auch in Weissrussland reflektiert? Gibt es weitere Fragen? Ja, Frau Czerwone. Es ist vielleicht nicht nur die Frage, aber der Kommentar. Mein Name ist Czerwone, ich bin aus Polen. Niemand in meinem Leben dachte ich, dass ich halb Russen, halb Polen werde hier eine ukrainische Idee verteidigen. Aber es ist notwendig. Wissen Sie, Maidan, ja gut, bürgerschaftlich, zivile Gesellschaft, Demokratie, internationale, sehr wichtige Sachen. Über Internationalismus haben wir sehr viel in der Sowjetunion gehört. Aber es war doch ein Versuch, des ukrainischen Volkes zu retten. Ukraine zu retten. Frau Strachow hat es sehr gut gesagt, aber warum nur im Weissrussischen Spiegel sollen wir es sehen? Das Gefühl, Ukrainer zu sein. Das Recht, ukrainisch zu sprechen. Und entschuldigen Sie mich, Frau Katharina, ich meine, dass der Mensch, der hat in der Seele keine Worte, Ruhm der Ukrainer, ich weiß nicht, was er auf dem Maidan macht. Wir haben vor 100 Jahren unsere Polen wieder herausgebaut. Wir haben sehr viel gemacht für den Kämpfe gegen den Zarismus, Autokratie, für die Demokratie, aber wir haben Polen gerettet. Und Maidan, es ist auch Rettung der Ukraine, und wenn es möglich sei, auch in der polischen Transition Ukraine, meiner Meinung nach, es ist ein Staat der beiden Nationen, wie Retschpospolite war ein Staat der beiden Nationen, Litauer und Polen, auch Ukraine, es ist Staat der Krim-Tataren und der Ukraine. Sie erinnern sich nicht an die Teilnahme der Krim-Tataren an den Maidan, es ist sehr schade, aber es ist sehr wichtig für zwei Stammvölker der Ukraine, für Ukrainer und Krim-Tataren, ihre Würde, ihre nationale Würde zu retten. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie auch nochmal den Begriff der Würde, der natürlich ganz wichtig war, auf dem Maidan hier gebracht haben. Wir haben noch eine Wortmeldung hinten und dann schließen wir und geben nochmal zurück aufs Podium. Vladislav Sankin, RT Deutsch. Die Frage ist an Rebekka Hams. Das Problem des Nationalismus in der Ukraine möchte ich ansprechen. Ich will jetzt nicht den Rahmen besprechen und nur zwei Fakten nennen. Der Radar-Speaker, Andri Porubi, ist einer der Mitbegründe der protofaschistischen Parteien, das war Boda. Der etwas mehr sanfte Ausdruck Rechtsradikale Partei. Er kommt morgen nach Brüssel. Wollte vielleicht auf Ihre Einladung gehen. In Virchowna Rada gab es eine Ausstellung zum Gründungstag der Ukraine während des Zweiten Weltkrieges, wo man so ausgestellt hat, wie die Zeugnisse, wie man Hitler begrüßt hat vonseiten der ukrainischen Nationalisten. Im Grunde genommen, man hat die Nazi-Kalibratore gerühmt. Also dieses Gedankengut ist jetzt in der Ukraine in der politischen Elite stark vertreten. Obwohl es keine rechtspopulistische Partei vielleicht da gibt im Parlament. Aber dieser Gedankengut ist so zerflossen in der Gesellschaft. Ein weiterer Punkt. Ukraine hat gegen die also gegen die Resolution gestimmt, die bei der UNO Nazismus verurteilen sollte. Nur zwei in Zonen. USA und Ukraine. Und das ist die schöne demokratische Ukraine, die es nach Maidan gibt. Die Frage ist, warum ist denn Nationalismus in der Ukraine Selbstbestimmung? Antirussischer Nationalismus ist etwas Gutes, was man also nicht gerne so sieht. Und in Europa, in Deutschland ist das ein großes Problem. Gerade für die Grünen. Vielen Dank. Damit gebe ich zurück und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach von rechts nach links gehen. Marina Stachower, würden Sie gerne noch einen Kommentar machen in unserer Abschlussrunde? zu den Fragen, die gerade genannt wurden. Wir machen jetzt hier die Abschlussrunde. wenn Sie kein... Es ist jetzt quasi die letzte Runde, sonst gebe ich weiter. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Und das war's. Ich sage, dass wir das etwas anderes über das alles erzählen. Ich sage, dass wir uns z gärt'a, na samrisch, pachinaleßä, slovy gätä, byli na pachatku pannelä, što treba dumäť pra Ukraina, treba bolch nadavať eoi uwagi, a ja magu skazać, što va oseg gätä situácei z ulikam agresivnych pavodzina u Rasi treba dumäť pra Bielaruś, tamu što na perchej pannelä gätä tożu taksama uchala, i... nu, gata pravda, adzín sa strahau temliku i moi i belaruskaga gramaatskaga sekteru, jäki nizajdy možna agucyć smelai uslých, ale gätä straha jost, što Rasiya sa pravda moža presti i velmi chutka pamänäätsa situácei v Bielarusi i Bielarusi moža ne stať i v gätam sense toe, što fokus uvagi sunuśa na Ukraínu, gata bezumovna, no egby, eta dobra, no egby, gata ga patrbavala situácea u toj moment, jana patrbue gata ga zaraz, ale treba ne zabývať pre toj, što pobyč što na Ukraina, ja kajá začodeňsa u devolne nepositivnum stáni odnozno Ja, zu allen Fragen, was sagen. Ja, das sage ich aber was anderes. Das, was ich denke. Am Anfang der Veranstaltung wurde gesagt, wir sollen an die Ukraine denken und unsere Aufmerksamkeit auf das Land lenken. Ja, aber Aggressionen seitens Russland soll man nicht vergessen. Und Weißrussland auch nicht ebenso. Denn ich habe meine persönlichen Ängste und die Mehrheit der Gesellschaft in Weißrussland hat auch ihre Ängste. Wir sagen das nicht und man sagt es ja nicht immer, aber jedoch, Russland kann wohl schnell kommen und Situation wird sich auch schnell ändern. Und dann gibt es ja kein Weißrussland mehr. Ukraine ist im Fokus. Ja, das ist ja wohl gut. Nur das bedarf die Situation, selbstverständlich. Aber wir müssen nicht vergessen, dass es auch ein anderes Land gibt, Weißrussland. Und so ist ja der heutige Stand. Danke. Marina Bonders. Also, ich würde gerne auf die letzte Frage von Russia Today oder wie das war, antworten. Das ist so meine Lieblingsfrage seit fast fünf Jahren. Ja, auf einer Seite ist es schwer auf die Frage zu antworten, weil es geht um, da wird so eine Faktenverdrehung gemacht, auf die schwer zu antworten ist. Ich habe schon gewartet, ob Sie da auch erwähnen, was Ihr Kanal gesendet hat, dass man in Kiew den russischsprachigen Bürgern kein Brot verkauft. Also das habe ich bei Ihnen gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kiew und wir haben künstlich darüber amüsiert, um die Frage generell über Nationalismus in der Ukraine und die Problematik des Nationalismus zu beantworten. Zu einem würde ich mal alle einfach in den Raum die Frage werfen, gibt es ein Land in der Welt, das keine Nazis hat, das keine Faschisten hat, das keine Idioten hat? Nein, es gibt sie überall und ich will jetzt nicht mal die letzten Wahlen in Deutschland mit den AfD-Ergebnissen, das gibt sie überall. Die Frage ist, wo sie stehen und es gibt anscheinend, ich habe das vor 2014, habe ich auch nicht gedacht, dass ich über Nationalisten so sprechen würde. Meine persönliche Geschichte, ich bin jüdisch, ich bin russischsprachig, meine Mutter stammt aus Russland. Ich habe vor Maidan, also ich war auch in einer russischsprachigen Schule, ich hatte keine Gelegenheit in Kiew, ukrainisch, also die Landessprache zu sprechen. Und mittlerweile stehe ich in einer, und das ist auch kein Geheimnis, also ich versuche russisch nach freiem Willen, versuche ich ukrainisch zu sprechen. Ich spreche immer so ein bisschen mehr oder weniger surzik, verstehe mich perfekt, aber gutes Ukraini ist, glaube ich, bei mir noch nicht. So, trotzdem bin ich in der Gesellschaft, das, wovon ich ja von Anfang an gesprochen habe, ich bin von der Gesellschaft akzeptiert, ich bin in die Gesellschaft völlig integriert. Ich habe was zu sagen in dieser Gesellschaft, ja, ich kann in dieser Gesellschaft was bewirken. Ich muss, ich kann David Stern auf der Straße tragen, ich muss mich nicht befürchten, ja. Gut, es gibt natürlich irgendwelche Randbezirke und es gibt Idioten irgendwo, wie gesagt, die gibt es überall. Aber von den politischen, also wenn man zum Beispiel Svoboda anspricht, ganz ehrlich, das ist so eine Partei, die bei uns nicht mehr so viel zu sagen hat. Ja, und es wird auch in der Gesellschaft, was wichtig ist, also es passieren immer noch Rechte, Übergriffe und so weiter, das Problem gibt es immer noch. Aber mit diesem Problem werden wir auch selber zurechtkommen, weil die Gesellschaft ist schon stark genug, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Gesellschaft diskutiert über diese Sachen. Also es gibt eine Diskussion. Danke. Katharina Mischenko? Scharfschützen, ich habe mir die Fragen notiert. Es gibt bei uns einen wunderbaren Sender, Romatschke Telebatschina, bestimmt, also wenn Sie sich für die Ukraine interessieren, dann wissen Sie die. Und Sie haben selbst eine sehr gute Ermittlung gemacht über Erschissungen auf dem Maidan und ich denke, Sie haben Ihre Filme oder Beiträge auch ins Englische übersetzt. Sie sind im Internet, kann man finden. Und eigentlich wissen wir, also wer diese geheimnisvollen Scharfschützen waren. Das waren die Scharfschützen von Berkut, von dieser Polizeieinheit. Ich bin da nicht so richtig ausführlich informiert, wie der Stand der Ermittlung heute ist, also ob die Namen alle bekannt sind oder nicht. Ich weiß, dass es eine Gruppe von fast enthusiastischen Ermittlern gibt in der Generalstaatsanwaltschaft. Es sind nicht viele. Es gibt aber sehr viele Zeugnisse, sehr viele Videoaufnahmen, die daran noch immer arbeiten. Und Ihre Arbeit läuft nicht glatt. Sie werden von vielen Seiten unter Druck gesetzt. Und wir sind ja jetzt auch in einer Ukraine, die nicht schön und demokratisch ist. Das ist unser Ziel, aber es ist noch nicht erreicht. Und es gibt sehr viele reaktionäre Wellen und Kräfte, nicht nur im Außenraum, aber selbst im Land. Und diese Ermittlung läuft problematisch. Aber die gibt es. Und eigentlich gibt es auch zivilgesellschaftliche Ermittlungen. Und jetzt wissen wir eigentlich, dass es keine Fantasiefiguren, irgendwelche Scharfschützen aus irgendwo waren, sondern das war Berkut. Danke. Können Sie noch was sagen zur Autogephalie? Also meine persönliche Meinung zur Kirche, da bin ich auch keine Expertin. Meine persönliche Meinung ist, dass die Säkularität der Ukraine und die Fragen der Bürgerlichkeit, der bürgerlichen Rechte, der Menschenrechte heute eine Priorität sein sollte. Nicht andere Fragen und nicht religiöse. Aber das ist meine Meinung. Ich habe gleichzeitig auch kein Problem damit, dass die stärkste und einflussreichste Kirche in der Ukraine die Moskauer an ihrer Macht verliert. Denn das, was sie macht und diese Art von Korruption und Propaganda, das ist natürlich sehr schwierig und damit muss man arbeiten. Ich möchte aber, dass in der Ukraine die Frage der gesellschaftlichen Emanzipation im Vordergrund steckt und die anderen Fragen auch den öffentlichen Raum nicht so massiv besetzen. Danke. Rebecca Harms. Noch eine Ergänzung zu den Ermittlungen gegen die Todesschützen auf dem Maidan. Das Gleiche gilt auch für die schreckliche Sache in Odessa. Also das Feuer, in dem so viele Menschen umgekommen sind. Auch für Odessa hat die ukrainische Zivilgesellschaft eine sehr gute Rekonstruktion gemacht. Beides ist über Chomatzke und andere Kanäle zugänglich. Empfehle ich sehr, das sich anzugucken. Und zu dem laufenden Verfahren ist es so, dass die Vertreter der Europäischen Union, der Kommission, aber auch die Abgeordneten, die in der Ukraine arbeiten, seit dem Ende des Maidans eigentlich immer wieder mit der Staatsanwaltschaft in Kiew zusammensitzen und darauf drängen, dass nicht nur ermittelt wird, sondern dass diese Ermittlungsverfahren zu einem Abschluss gebracht wird. Und das ist zum Beispiel etwas, womit auch ich wirklich unzufrieden bin. Aber wer nach Kiew kommt, öffentlich wird dieses Verfahren geführt über die Todesschützen auf dem Maidan. Einmal im Monat finden diese Sitzungen des Gerichtes und der Staatsanwälte statt. Da laufen dann auch immer und immer und immer die Bilder auf den Bildschirmen. Also es ist für diejenigen, die sich dafür interessieren, wirklich interessant, da mal hinzugehen. Zu dem Vorwurf der besonderen Rolle von Nazis in der Ukraine. Ich muss auch sagen, dass ich das seit fünf Jahren immer wieder höre. Und das gehört nicht zu den Lieblingsthemen, mit denen ich mich beschäftige. Weil ja, das gibt es, so wie es das in allen Ländern gibt. Und in extremen Situationen und insbesondere, wenn ein Land angegriffen wird, dann ist die Neigung, sich national unterzuhaken, wahrscheinlich immer noch mal ausgeprägter. Gemessen daran, wie die Ukraine angegriffen wird seit 2014, finde ich, dass die Nazis recht schwach sind und hoffentlich auch bleiben. Und das liegt übrigens an der Vernunft der ukrainischen Wähler, die bisher vernünftiger sind als die in vielen anderen Ländern. Und da sehr oft von russischen, von Mitarbeitern des russischen Senders Ruptley oder auch von Sputnik diese Fragen gestellt werden, ich komme da manchmal nicht mehr mit. Also der Kreml finanziert Nazi-Parteien überall in Europa. Das ist belegt. Und ich würde mich dann freuen, wenn also auch im Interesse der Bürger Russlands diesmal untersucht werden würde und das zum Thema gemacht würde und nicht immer nur die Ukraine als ein Land mit einem besonderen Nazi-Problem oder Faschismus-Problem dargestellt werden würde. Für mich ist das bis heute erschütternd, dass ich erlebt habe, dass die Ukraine angegriffen wurde mit einem faschistischen Motiv, nämlich mit dem Motiv des Einsammelns russischer Erde. Also da muss man immer wieder an den Anfang dieses Krieges gucken und sich dann auch klar machen, wer wie diesen Krieg und diese Aggression aufgeladen hat. Danke. Also wir können, Sie sagen ja, Sie sind Journalist, Sie können mich gerne dazu noch mal ordentlich befragen. Also ich glaube nicht, dass Heinrich Böll diese Art von Journalismus, die Ruptley macht, gutheißen würde. Das ist nämlich wirklich was anderes. Aber ich will auch noch etwas zu dem Assoziierungsabkommen. Ich möchte auch noch etwas zu dem Assoziierungsabkommen sagen, weil da ja jetzt auch anklingt, dass dieses Assoziierungsabkommen die Rechtfertigung quasi für das Gefühl des Kremls sei, Russland werde eingezingelt und es sei sogar ein militärisches Abkommen. Das alles ist transparent für die russische Seite gewesen. Die Verhandlungen, die drei Staaten mit der Europäischen Union um Assoziierung geführt haben, die sind ja nicht hinter komplett verschlossenen Türen gelaufen. Und dass das am Ende für Putin alles dazu gedient hat, Russland in einer Aggression nach außen neu zusammenzuschließen, zusammenzuschließen, das ist wirklich traurig und trostlos. Und mir tut es gerade auch für Russland eigentlich bis heute in der Seele weh, in welche falsche Richtung die Politik das Land gelenkt hat. Wir können darüber aber gerne weiterreden, aber nicht mehr so von oben nach oben. Vielen Dank. Das wäre dann schon wieder Thema einer neuen Veranstaltung. Wir kommen zum Ende der heutigen Veranstaltung. Und für diejenigen, die sich für die Ukraine interessieren, haben wir noch den Veranstaltungshinweis. Am 1. Dezember wird die Bundeszentrale für politische Bildung hier in Berlin in der Akademie der Künste am Pariser Platz eine Veranstaltung auch noch mal machen zur Ukraine, fünf Jahre nach dem Wandel. Wenn wir uns noch mal fragen, was bleibt vom Maidan oder was sind die Perspektiven, dann fand ich bei aller augenblicklichen politischen, militärischen Bedrohung, vor der die Ukraine steht, das erste Panel insofern sehr ermutigend, indem es zu diesem wunderbaren Schluss kam, was wir gestern erlebt haben, war eine Sternstunde des Parlamentarismus, eine Sternstunde der Demokratie für die Ukraine. Und damit sehen wir tatsächlich, wir haben es bei allen Rückschlägen und auch bei allen erschreckenden Tendenzen, die man nennen muss, die sehr wichtig sind zu beobachten, haben wir es hier tatsächlich doch mit gestärkten demokratischen Strukturen zu tun. Und ich denke, die stimmen uns positiv. Und insofern haben wir Grund zu feiern. Und das ist auch die Idee, weil wir laden Sie jetzt noch ganz herzlich zu einem Empfang mit Live-Musik ein. Und wir hoffen, dass viele von Ihnen noch bleiben. Ganz herzlichen Dank hier an die Teilnehmerinnen auf dem Podium. Und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung und den anderen Partnern bedanken. Ich denke, das Krisenmanagement der Heinrich-Böll-Stiftung in den letzten 24 Stunden, in denen wir diese Veranstaltung noch mal komplett umgebaut haben, war sehr erfolgreich. Und wir hoffen, dass die ukrainische Regierung ebenso erfolgreich ist. Danke. 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 Danke.